Trrrt, trrrt, tschä, tschä. Macadamia eingetuppert für die Kalorien, Banane eingetuppert für die Vitamine und die Snackwürstchen gab es schon verpackt. Aber das ist jetzt nicht so wild, ne? Wieso? Ja, da geht man selber jagen. Ja, habe ich ja im Supermarkt. Hey, Kamera weg! Weg! Aus! Mach die aus!